Willkommen! Heute habe ich wirklich was ganz Besonderes für Sie und zwar von meinem Lieblingshersteller Tommy Machalke. Ein neues Modell, nämlich Rendezvous in der Ausführung Megasofa mit schmaler Armlehne, mit breiter Armlehne in einem neuen Anilinleder leicht angeschliffenen Anthrazit. Nun, Sie sitzen hier kuschelig weich. Der Sitz ist sehr soft, sehr angenehm. Ich sitze drin nicht drauf, also ein richtiges, lümliges Sitzen. Dann haben Sie eine außergewöhnliche Optik. So ein Sofa wird es wohl nicht mehr geben. Das Messestück, das erste Modell, wo gebaut wurde, hier die schmale Armlehne, hier die Breite. Wir haben insgesamt eine Breite von 2,92 Meter, aber geschnitten. Das heißt, es sind zwei Teile, kein Problem für den Transport. Sie haben hier lose Rückenkissen, die wie immer bei Tommy M mit diesem Ziehband festgesteckt werden, damit sie nicht hin und her wandern. Sie haben lose Rückenkissen, die wie immer bei Tommy M mit Klettverschluss festgemacht sind, damit das Ding auch hält. Und Sie haben ein unvergleichlich weiches Leder. Wenn Ihre Frau kein Leder will, weil es kalt ist, dann ist das Leder Navajo ganz neu das Richtige für Sie. Viel Platz, wenn Sie also einen länglichen Raum haben, mit viel Platz in einer Richtung und Sie suchen das besondere Leder, kubische Ausrichtung, was Besonderes, was Extravagantes, Rendezvous von Tommy M. Schnappen Sie zu! Dankeschön!